guten tag meine leute jetzt bin ich gerade wieder ja am suchen von einem townhall was aber gepasst hat leider vier pokies aber der hat halt eben das townhall so extremst weit draußen dass es halt wirklich ein kleines sein dürfte und vielleicht wirklich nicht mal ein bruchteil der truppen vielleicht gebraucht werden muss das wäre natürlich ziemlich geil und dann kann man den natürlich auch gerne mal mitnehmen so das sollte passen genau die bogies machen hier auch ihren rest und jetzt noch ein golem das ist natürlich echt eine coole sache ein golem ist somit das beste was du in einer cb vom gegner haben kannst weil der halt nur ein bisschen zeit kostet und das war's also der tut mir natürlich nicht wirklich was jetzt gucke ich gerade ob ich den ach kommt leute hauen wir mal den king hier noch mit drauf der kann nebenbei noch was tun so kommen wir eventuell noch auf unsere 50 prozent und dann ist das cool so genau das sollte nämlich sein dass der king hier so ein bisschen die queen unterstützt jetzt wird er auch gerade hoch geheilt und jetzt haut er auch wieder ab und spielt so ein bisschen death baby dann würde ich mal fast sagen ragen wir den jetzt mal und dann sehen wir gleich schön dass das townhall down geht mal gucken was hier noch geht also ich sag mal nach außen hingehen oder die queen wird sich denke ich mal nach innen weiter arbeiten da kennen wir sie doch richtig ganz genau wir haben ja noch jetzt guckt mal was hier alles auf die queen rauf ballert das ist natürlich echt viel muss man jetzt echt mal sagen die kriegt jetzt richtig richtig gut ein von latz aber die macht das ganz gut und der rage spell ist halt einfach mal so mega lange dass der halt dann auch die heiler gut unterstützt so weiter geht's aber auch ich würde ja gerne noch so ein bisschen was vom dunklen haben aber das wird hier nix denke ich ich denke mal wirklich die wird noch draußen nach draußen gehen oder ja doch ich denke schon ich denke schon die wird außen rum gehen wenn sie jetzt nicht gerade sogar noch auf die mauer geht nee passt okay naja dann spielst du innen drin rum na dann gucken wir mal dass wir hier eventuell naja das wollte ich jetzt gerade nicht machen ich wollte eigentlich mit den bogeys mit den schweinchen hier rüber springen ja genau das war natürlich richtig fehl minions will ich ja doch doch hier klar logisch hier noch ein paar minien setzen noch ein paar prozentchen mitnehmen da noch einen minien und dann könnten wir hier auch noch mal minien party machen ja das ist cool das ist wirklich gut dass es jetzt wirklich so so läuft halt wirklich immer wieder ein two star klar die base war jetzt auch nicht der rupper na legen wir uns da sogar noch doch im dunklen bereich an ich meine ich werde die mauerbrecher werde ich hier nicht mehr verwenden aber ansonsten ich guck mal ich mach hier mal eine kleine ability an Und dann gucken wir mal ob wir uns doch noch so ein bisschen da durch Sprengen können Ach kommt leute was soll's aber die 17 sekunden okay das war echt zu spät das war zu spät das hätte früher kommen müssen Aber somit kriegen wir wenigstens noch unsere 70 prozent und dann haben wir da noch ein bisschen mehr am liga bonus Ganz knapp aber dann sind wir auch ganz knapp bei 99 prozent also auf die 2k kann ich dann auch verzichten das passt so jetzt wollen wir natürlich noch schnell mal ein bisschen was an Zeug kriegen weil ich bin gleich wieder weg hahaha Und zwar will ich euch natürlich auch wieder ein paar angriffe zeigen Und weil es soll halt nicht immer wieder oh ja gut okay jetzt Wieder also bogencheck und so weiter und so fort aber ich habe jetzt im letzten video halt gerade gesehen was ja heute rauskam also der erste bogencheck teil Dass ihr halt gesagt hat oder naja es wäre besser wenn du halt eben nur ein bogencheck im video macht was ich finde das ist dann so ein bisschen Wie seht ihr das haut das mal wirklich rein in die Comments weil ich finde wirklich wenn man nur bogencheck macht und so ein bisschen low oder So hier noch ein bisschen was hier wie gesagt also ich ich mache das nicht aus just for fun dass ich jetzt sage auch naja ich klicke Jetzt hier so ein bisschen rum sondern dass ihr halt immer seht wie ich dann halt die aufstellung mache Falls ihr das nachmachen möchtet weil ich habe immer wieder die anfragen oh naja können wir das auch so machen Ihr dürft natürlich auch so angreifen wenn ihr das für gut empfindet so bin kurz raus Zack zack dann gehen wir kurz raus zack zack Und wir gehen hier guckt mal ich werde auch ganz 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 oft gefragt ja wie ist denn jetzt das clan kürzel einfach ansonsten wirklich besonders wenn ich jetzt halt videos aus dem clan zeige dann sieht man ja wie das geschrieben wird Und ansonsten ist hier auch noch mal klaren kürzel unterwegs Gehen wir mal auf beitreten und ich hoffe mal Ja das sieht Oh ja das sieht gut aus also es sind auf jeden fall schon mal einige angriffe mit drin gucken wir mal ganz kurz durch was wir hier so haben Reicht nicht ist zwar nett aber Ist halt steht ja extra da one million loot also ich sag mal man sollte dann schon ungefähr an die eine million kommen Hier sehen wir zum beispiel Das wollen wir sehen Und klären moment wir haben barge und kobis und aber auch riesen das heißt also riesen zum defen vor und dann Hier zum beispiel auch schöne fläche wo man gut was mitnehmen kann parisen rein Und dann läuft das hier na nett 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 und Dann Hier eben auch ja also ich denke mal das wird eine richtig richtig geile kiste Hast auch ordentlich spells mit bei und wie gesagt ist halt eben so dieses ich möchte halt nicht einfach nur so nebenbei laufen lassen sondern will halt eben auch was dazu erzählen will jetzt sagen Ah ja so und so würde ich es machen oder wie würdet ihr das machen und nicht einfach nur ein gameplay zeigen Hat man ja auch bei mehreren kanälen so dass die halt wirklich die gameplays nur gezeigt werden und dann mit musik hinterlegt werden Ist bei manchen bestimmt gar nicht so verkehrt ganz klar aber so als dauerhafte sache würde ich das nicht so Machen aber ich wäre nicht mit den riesen hier reingegangen ich hätte das wirklich von hier aus Aber ich bin mal ganz 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 gespannt wie du das hier reißt dann gucken wir mal da in den bereich rein Das heißt du sagst die ok kommen attacke dann vollkommen in ordnung Aber ich finde fast kann das sein du ich hätte die barbaren noch nicht rausgehauen Weil die ja jetzt Obwohl das läuft aber das läuft aber doch Weil hier sind sie jetzt ganz vorne mit dabei Und jetzt geragete barbs in der mitte ist natürlich mega geil hier kobis die rennen dir natürlich richtig die bude ein das ist natürlich klar Hast du gesagt okay einmal gas bitte Hier geragete kobis zack gold lager weg zack rathaus weg Klar die gehen mittlerweile wisst ihr ja seit update ist ja nun mal das rathaus auch ein lager Und deswegen gehen die kobis auch gleich aufs lager also in dem fall aufs rathaus Ah schade also es ist ja loot ist ja auf jeden fall hier Die sind leider noch da und die kriegst du auch nicht mehr die queen Sollte die tesla noch weg machen die hatte nämlich nicht mehr viel hit points Alter geil Wenigstens noch ein bisschen ganz genau wenigstens noch ein bisschen was vom gold mitgenommen Passt auf jeden fall Ich meine ganz ehrlich sind wir bei kurz unter 800k Vollkommen in ordnung Sowas will man sehen Und wie gesagt 200 von jedem Ist für jemanden der halt wirklich im unteren bereich ist Vollkommen in ordnung Bloß klar wir sehen es ja in der coc community Da ist halt richtig ordentlich was gefragt Nice aber wie gesagt halt auch Glück gehabt Klar kein thema So Ich soll dich im video grüßen gucken wir mal wie du dich anstellst und dann wirst du auch gerne Also der loot ist schon mal auf jeden fall ein groß wert Ja ich grüße dich Alicia Oder Alicia Nee ich denke mal Alicia So Ganz 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 Kuriose sache halt mit so vielen minions anzugreifen Wenn man glück hat und halt wirklich hier loot draußen hat dann sollte das gut machbar sein Aber in den inneren bereich wirst du mit den in anführungsstrichen auch wenn es paar sind aber mit den minions level 2 halt nicht weiter kommen weil klar dafür ist die death zu hart warum nimmst du da ach so okay Nee nicht okay der earthquake war Für den sack Aber viel mehr wirst du hier nicht ruppen also du kannst hier hier halt noch die minions droppen Um hier halt was zu reißen aber Das klar du hast dunkles noch schön genommen okay Hast natürlich auch was für die minions investiert Aber klar ich meine bist halt noch nicht so weit Muss man auch dazu sagen Aber da sind dann 2300 schon einiges Passt So Loot und gute Taktik Oh das das sehen wir gerne Loot und gute Taktik Wir Also ich Wie gesagt ich habe nicht darauf geachtet aber ich würde mal sagen Die base ist down Die base ist mit mit 30 loons level 5 Ist die down Das kriegst du hin Du kriegst zwar Leider jetzt nicht mit dem king zum beispiel gleich eine luftabwehr gekillt Aber Das Macht spaß auf jeden fall Und dann hier so Rage droppen Ah okay du machst mit dem heal Okay Ich hätte gleich noch rage Aber das passt Ah gut auf jeden fall Der heal War nicht so verkehrt Ich hätte aber trotzdem gleich den rage genommen Dass die halt wirklich gleich in die base rein ballern Aber Bei der masse Bei 30 loons Was soll da schief gehen Also das sieht dann schon echt gut aus So und jetzt hier Den rage Da Den Ne warum Da Weil da ist doch die luft ab Ja So jetzt Kurz Atem anhalten Luft anhalten Ah du hattest Ah die sind wieder in den Ohr hast du ein Schwein Dass der rage noch da war Hast du ein Schwein Ah fast Okay Loot mäßig ist es jetzt noch gar nicht Man denkt so Aber das ist halt wirklich dieses Ding Wirklich Die loons sind halt wirklich nur auf dev gebäude erstmal aus Und man denkt sich Oh 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 Die halbe base ist platt Oh richtig geil Richtig geil Dann guckt man Ja loot war ja noch gar nicht doll Aber das kommt natürlich jetzt Logisch Und wir haben hier noch bogeys drin Das heißt Ein mann frei Wir haben sogar noch die cb Also Da Passt das Aber hättest du halt wirklich dann hier geraged Mit den loons Wäre halt die luftabwehr auch weggegangen Aber wie gesagt Ist halt so Man kann natürlich dann immer sagen Ja hätte hätte Fahrradkette Ihr wisst es Ich muss mal wieder mein outlook zu machen Und hatte ich Ich würde sagen Ich hatte recht Würde ich jetzt einfach mal tippen Äh ja Wird ein hunderter Juhu Das wird ein hunderter Sogar noch ohne cb Ah nee Das klappt nicht mehr Das klappt nicht mehr Aber es wäre noch 100 da Möglich gewesen Also jetzt hättest du die cb gedroppt Aber einwandfrei Das ist natürlich ein geiles ding Und auch Taktik Vollkommen okay Kein Freestar Aber Hammer Bin halt ich Ich mache es so wie ich meine Ja klar Cody gucken wir mal Ja Kleinen Moment Ähm Govivi Und noch ein p Hinten dran Ja halt Mauerbrecher auch richtig geil gelaufen Auf jeden Fall Ich meine Sie hätten ja auch nicht wirklich Woanders hinlaufen können Klar Aber Man weiß ja nie Manchmal hat man ja dann echt So eine sache wo man sagt So Jetzt wird es hier ganz genau richtig Obwohl der hätte noch ein kleines bisschen weiter vorne Sitzen können Aber Town Hall ist jetzt gleich down Und dann halt wirklich noch mal schön draufhauen Aber hier muss man halt immer wieder sagen Es sind halt nur die 12er Helden Die ihm jetzt natürlich Noch ordentlich vor die Füße fallen Ganz klar Das würde natürlich jetzt zum Beispiel mit Maxthelden Town Hall 9 Also 30er Würde das natürlich dann noch ganz ganz anders aussehen Aber hier wird er sich noch schön das Dunkle ziehen Für seine dunklen Truppen Eieiei Nein Wird er wohl nicht Weil die Golems ziehen sich das Dunkle nicht Alter Und da hast du noch So fett abgesandt Dass du noch 54% bekommen hast Naja klar Hier ist der King noch Und die ballern natürlich alle noch auf die Golems Schön los Und hier Flächenschaden Vollkommen Banane Für den King Das stört ihn ja nicht Alter da hast du auch Klein wenig Glück gehabt Hey guck mal Was hier noch wirklich Der King Erreicht hat Sag ich mal Dass der halt wirklich noch Die Mauer durchgeboxt hat Wisst ihr selber Da sind die Golems ja dann echt so Och naja Mach ich das oder mach ich das nicht Nö eigentlich nicht Glück gehabt Und dann halt wirklich hier Ja schön Erstmal die Hexen Schön gegen die Mauer Die hätten ja noch Auch noch draußen rumrennen können Aber so ist das halt Warum nicht die Bogies noch Ja genau Jetzt kommen die Bogies Und dann hat man halt 54% Einwandfrei Passt Das finde ich echt geil Der Cody der geht richtig schön steil nach oben Gucken wir mal kurz rein Echt nochmal Und gucken wir mal hier aufs Profil Zieht euch das mal rein Ich meine Titan 3 Und er hat halt wirklich Guckt euch das mal kurz an Ist halt wirklich Ein Ich sag mal Ja Ein normales Townhall 9 Also Mit Ein bisschen was hier Die Bogie Türme sind halt noch nicht Und so Also das ist halt noch Und wie gesagt Die Helden sind halt eben auch noch low Und ihr seht es ja Der hat immer richtig schön Alex und richtig schön Gold am Start Weil der Liga Bonus da dann doch Ganz schön rein ballert Aber er sagt auch manchmal Oh Skippen ist echt nicht lustig Echt nicht So jetzt schauen wir mal 900k Und schön inaktiv Und dann natürlich Schön ganz klare Sache Schön die Drachen am Start Und wenn wir inaktiv Inaktiven Gegner haben Keine Luftbomben Das ist schon mal ziemlich geil Das sieht schon mal um einiges besser dann aus Ja hier muss man auch Guckt mal wie lange der Luftfeger Das echt verzögert Und Drachen lassen sich da auch Echt richtig richtig Wegschieben Das ist richtig fett Guckt mal wie Wie da Zeit ins Land geht echt Also der Luftfeger war halt Auch gar nicht so verkehrt gestellt Auf jeden Fall Vom Gegner Obwohl man ihn hätte natürlich Von hier auch relativ schnell Killen können Aber Das ist natürlich Und wie er sagt Solche Sachen will man sehen Nicht einfaches Gebautsche Sag ich mal Wo man einfach nur Glück hatte Sondern wirklich Der Gegner hatte gut was Der war inaktiv Und dann halt schön Mit 10 Drachen drinne Und Helden geben alles Wird zwar nicht komplett 100% Aber der Loot ist da Läuft Einwandfrei Das war es erstmal Ich will auch mal wieder ein bisschen Kürzere Videos machen hier Sonst springt ihr mir noch Auf den Kopf rum Ich wünsche euch was Und ihr haut rein Ciao ciao